hallo zusammen herzliche willkommen ihr zurück bei war in den off mitten in so einer komischen eierhöhle was war das denn ein schlachtruf das war ein bestätigendes jahr ha geil okay kannst du auch weitergehen ich will auch einen schlachtruf oh ja da hat einen kopfschutz schuss gemacht ja drück sie jetzt mal durch allerdings sonst werde ich hier unvernünftig jetzt jetzt der letzte gehüllte wald das lässt sich blicken das klingt und krabbeln oben spielen spielen also leute mit arachnophobie bitte ausschalten genau hat jemand hat jemand zufällig von euch noch irgend so ein slot frei weil ich habe hier noch so einen komischen elben stein des spinnen dings bums reichen ich habe bestimmt noch das hat ich glaube ich habe noch ein feier heute machst du ja immer noch mehr der mensch na gut hier nimm aber der macht dann auch das spiel ist kann nicht viel einsteigen ja gut gell der skill gefällt mir kannst du was anfangen mit dem ding ja ich habe kein slot super das frage ich doch gerade ich hatte in meinem gedächtnis hatte ich einen frei aber guckte die spinnen an die haben so rote was denn die augen und hier kommt ein großer platz na sehr schön da kommen viele ich mich juhu spielen erst mal looten dann könnte ich bin genau sollen sie mal kommen als bei freilisam ja auch auf jeden fall erwischt ja das werde ich nehmen also diese spinnen sind ernst zu nehmen sind die augs sieben gold im blöden haufen ja also ich werde nicht mehr ich habe eine armenbrust eine große spinne hilfe hilfe zu hilfe das sind aber wirklich viele die große ist tot okay da kommen noch mehr da kommen noch mehr kommen die ich habe nichts mehr wäre schlag ja finaler schlag gut so da kommt auch noch eine große ja ja der skill gefällt mir auf sowas in der art warte ich schon lange endlich mal so ein skill was denn dieser seiten schlag das aber die können auch nicht viel rundum schlag endlich ein rundum schlag yes guck dir das an ist das cool trefferei ja so macht das spaß juhu wo ist noch welche kommt kommt spinnys der zwerg liegt in sterben ja ja ich komme zu wenig kommt schon zwar wir haben noch feinde zu besiegen hallo machst du jetzt mal elfe ok wir haben wir jetzt mal kurz break machen pause pause break break ich wollte mal schauen nicht ob ich ich bin immer so voll jetzt in letzter zeit was trinkst du denn wie hier mit euch nach dem feierabend bist du noch dazu nach dem feierabend lina lädt mich andauernd ein aber es wird schon seit jahren nicht genau die elfe will einfach nicht die elfe elfe ja aber du bist doch immer so deprimiert du verwechselst das wenn du bist ein falschen spiel du bist ein falschen spiel johle äh wo seid ihr jetzt lang gelaufen ach da hinten nein das kann doch nicht da kommen schon die nächsten weit rein ich muss hier noch ein bisschen fummeln es wird nicht gefummelt jetzt wird gekämpft finaler schlag wo seid ihr spinnys wo sind sie die sind viel zu schnell hier ein ende zu bereiten ja kommen wir noch besser ja der ist auch beschäftigt guck mal ja ich sterbe gleich aber es ist okay ich bin vergiftet ich bin tot du hast meinen dank du bist noch nicht tot dankeschön da kommen die musik ist anex ich hab dich verwechselt entschuldige bitte da ist irgendein blümchen ich brauche shop ein blümchen alles klar wo ich stehen ich weiß nicht ob du das mitnehmen kannst ja kannst du ja ja das sind die wir sind im düster weiter sollte flora und fauna ja reichhaltig sein zeit schön ausgedrückt ach gott heiltrank des wiederbelebens schutz vor tod während der effekt anhält ist doch cool automatisch wiederbelebt das doch nur zwei minuten kann man beim bosskampf oder so einnehmen du kannst du von den dingen ein paar machen wo das liegt jetzt gerade habe ich erst mal nur einen da komme ich nicht rein schade neustürchen was ich nicht gebrauchen kann schön ich kann bald leveln nicht die richtige größe wir müssen nah bei radergasts haus sein genau das was ich brauche sie haben noch mehr bogenschützen auch die machen aber ordentlich wirst du nicht mehr lange der speck so dass noch einer oben da ist meine leichte rüstung wirklich von nachteil da kommen schon naja ich muss mich ja der eine ist nachdem man ja was machen wir denn jetzt hier das ist erst mal finden der ist hinter dem baum ich habe keine karten an den tippen ich habe keine ich habe tut mir leid ich bin ausgepumpt die machen ordentlich schaden die bau haben ihn da ist noch einer da kommt da kommt da kommen dicke ja keine kraft hinter uns kommen keine dicke nimm jetzt ein trank so ich bin bereit hat er gesagt doof aber ich brauche schon ein bisschen trinken gerade leute oder kombination wir doch mal so einen geilen trank irgendwie ich habe nicht die kraft gut gemacht der ist auch hinüber haben wir hier ein level maru das war nicht wartet mal kurz leute bei mir hat sich hat sich wir haben sich für die optionen verstellt ach ist ja ein schönes spiel und das ist die musik ich höre ich habe kaum musik ja julina stell das ja erst gar nicht oben weil sie bei mir ist es auch relativ leise gerade du meinst nachher kommt dann wieder so eine stelle wo es höhlen laut wird wahrscheinlich ja das ist lieber so man hört es bei mir auch nur so ich muss kurz aufsteigen ist reist um das muss werden aber auch glaube ich sollte man meine ausdauer ein bisschen spielen kämpft mir schon wollen wir haben es sind nur so zwei bogen schützen ist zu gering ich bin aber keine kraft mehr kannst du mich kannst du mich mal holen jorde ja ich stehe da schießt er mich ich lass ja ich lass mich bei ihm von dem einbogenschützen erschießen mit ihr leben ab ja mach das dann komme ich zurückgekrochen du musst dann sagen und soweit ist ein stückchen zurück ja und dann komme ich zurückgekrochen wenn ich kaputt gehe leute er schießt er dich während du heilst auch nein julina keine kraft sich jetzt gerade nichts versuche ich mal diesen war diesen alten trick diesen begärten es ist schon wieder komplett schwarze bildschirm war dann nicht noch ein zweiter jetzt warten wir erst mal kurz auf julina ich glaube dass ich weiter nach vorne habe ich schon alles ich hab den das schon komplett schwarze bildschirm kinder können wir dann alle sagen lass uns doch mal gucken ob du noch tränke hast der weil ich habe noch haufenweise tränke ich habe noch einunddreißig heiltränke und reise eine rückmeldung ja mal ein stück weiter lesen wir nicht immer noch was das hier ist das alles gerümpel hier ich hab viel zu viel zeug dass ich was dieses spiel mit meinem pc macht hey ich muss raus das tut mir leid ja ja mach ruhig wir warten wir haben zeit okay gebräu das ist doch jetzt nicht eilig ich muss gucken mein spiel hat sich während ich die paar tage nicht gespielt habe auch wieder sich irgendeine datei geschrottet und ich wusste wieder die dateien validieren weil das spiel einfach wieder abgestürzt ist mittendrin beim laden die dateien validiert ist wieder eine datei kaputt warding potion ja bitte danke ja bitte aber sonst kann ich nichts mehr machen dann ist ich bin jetzt out ich kann gar nichts gebrauchen so es kommt hierhin julina hat 9 mit drei stärke aber der hässliche weitläufer bitte wieder seiner nee danke brauche ich nicht ich habe ein dickes amulett na komm schon lass mich rein dem amulett oder nicht zweihändigen schild ich habe eins mit 30 plus armor und mehr ausdauer ja ich will jetzt wieder rein lassen lasst mich wieder rein ich komme der hässliche weitläufer ist weg und ich glaube dass du spinnst der hässliche weitläufer der hässliche standard weitläufer ach so ach so bin ich schöner ach danke habt ihr hier irgendwo was gelootet was ich jetzt noch nicht weiter vorgelaufen da kommen wir haben ein bisschen jetzt muss ich glaube wir haben ein bisschen tränke gemacht muss nur kurz gucken ob der jetzt meinen meinen skill genommen hat er hatte du musst ja jetzt auch wieder erstmal aufnehmen und so zu sagst wenn wir weiter können weiter ich bin schon in der aufnahme alles gut sehr schön dann begrüßen wir euch wieder zurück von julina hallo hallo willkommen zurück das ist das game crash das ist ja schon nichts neues mehr also genau das gehört dazu ich habe irgendeine hässliche ork achse bekommen oh 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 kommt mal her freunde guckt euch diesen schicken baum an spinne und meine meine spannungsmusik will nicht mehr aufhören ja ich da kommt das ist doch hier das haus von dem radergast wette ich drum wahrscheinlich vielleicht ja ich habe immer noch spannungsmusik das ist ein soundbuck ja glaube ich auch das klingt recht entspannt das hatte ich auch schon mal mit den ketten da in der ja ich weiß es hat mich auch gerade an deine ketten erinnert schick dies muss radergasts haus sein sieht ziemlich friedlich aus was könnte der hexenmeister gemeint haben als er sagte wir seien zu spät große spinne boah guckst du bösige hole oh gott sind die kankra 2.0 schick das mal ekelhaft viecher lösen das schon alle waren wahrscheinlich nicht ein paar spinnen sollte ja auch kein problem mit haben ist so ein zauberer wieso sollen wir jetzt nach belleram gucken da sind noch mehr ich habe gerade einfach mal gerade ein paar von den lachen ekelhaft kommt schon kommt schon jawohl genau so ist es johle jaja was auch immer ich gerade gesagt habe das ist nur mein zauber hier mit mit au e aber dass so viele sind lohnt sich der ja mal richtig ja mann 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 ich will hier noch plüten also ich hoffe man hört jetzt diese musik diese spannungsmusik einfach nicht zu laut hier bei mir ich habe gar keine muss die ist eigentlich sehr leise also ich hoffe das stört jetzt hier keiner hinten ist auch eine spinne ich gehe jetzt einfach mal zu hier ich gehe klopfen ich gehe klopfen zauber? verzauberung? oh ne geht gar nicht da kommen noch mehr guck mal da kommen noch spinnees jaa juhu juhu fasan 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 jetzt gehe ich schon ah jolina ist da jolina ist da jolina ist da jolina wie viel leben hast du? helft ah ok gut wenn ich das wahrscheinlich nochmal ich bin tot oder? ach die spinne der ist kaputt jolina wer hat dich denn erweckt? da alex mit seinem ruf ach so du kannst mit dem ruf erwecken das ist ja auch geil deshalb das wollte ich gerade wissen wieviel leben wenn ich das auf den dritten punkt hoch bringe wahrscheinlich habt ihr dann wieder volles leben wenn ihr hoch wacht ja oder drei viertel deshalb können wir in das haus rein? ich glaube nicht wir müssen hier weiter bei dem symbol ich bin ja trotzdem in das symbolen hier lag der stab von dem auf dem boden das müssen wir den suchen oh gott ja ja du findest hier irgendwelche stäbe auf dem boden das komm geht schon so was sollte das denn jetzt heißen? was meinst du? oh meine Musik ist weg dass ich random stäbe finde was? mutierst du jetzt noch zu Mario? was du jetzt schon wieder rein interpretierst habe oder was? ich doch nicht ich hab nur die ich bringe nur die fakten auf den tisch sag jetzt nicht da drüben sie haben einen gefangenen ein elb sag jetzt nicht zum thema artefakten vielleicht radergast wir müssen ihn vor den orcs finden das ist alles zu offensichtlich seid ihr an meiner seite ich hab Angst da kommen sie jetzt mal ja ox ja der ist umgekippt er ist ist der runtergekugelt? ja der idiotonien was ist der mit dem passiert? war mit dem fein war mit dem fein er ist tot war doch noch einer irgendeiner rannte doch da noch um ich glaub die sind alle schon tot ist der hier echt runtergeplumpst hat sich das ist doch der hammer der ist hier nur runtergeplumpst hat sich das genick gebrochen und war tot ich weiß ich glaub das aber im skript also ich weiß dass ich den einmal mit dem bolzen getroffen habe aber deshalb fallen die gegner doch nicht tot auf dem boden na komm bis ihr ankommt kriegt ihr den bolzen komm igel aua ich hab nix gesehen wie soll ich denn ihr sterbt vor mir Dämonen ja was der rennt um achtung der ist ja hier fies aua hopp der leckt sich hier bei mir grad hin und her wo ist ein bogenschützer steht drüben ich mach mal den bogenschützer noch nicht ich verwechsel grad hier die ganze Zeit blocken mit der stört nämlich hier du störst jetzt hab ich ihn komm her komm Pfeile 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 jaaa das werde ich gemacht ist nur ein bogenschützer oh mann ja ich seh ihn kopftreffer und kopf und kopf und tschüss ach jihi und tschüss oh ich durfte leveln oh nein ich war auch leveln ich bin 17 ja ich auch gleich ja siehst du ja und ich merk meine ganzen Abstürze ich bin grad am Anfang von 16 aber egal ich halt gut mit yeah ich geh mal von der Barriere weg ich level erstmal also gut du levelst dann guck ich mal in mein Inventar also einiges hab ich ja mittlerweile aufgesammelt dann kramen wir einfach mal wieder ein bisschen im Inventar ich hab hier hm äh hat jemand von euch 25 Ausdauer dann hätte ich vielleicht einen coolen eine coole Kopfbedeckung ich hab 25 hab ich auch ja also ich hab 25 aber ich hab Kopfbedeckung 113 soll ich dem ich glaub das was hast du denn für eine gib Alex wie viel hast du denn ich hab 113 schon ne hab ich nicht ich hab bloß 90 beziehungsweise 95 aber ich hab ich hab dann macht es keinen Sinn ich glaub ich muss mal so ein bisschen meine Ausdauer hier gillen sonst kann ich diese ganzen Sachen nicht anziehen bei mir ist da ein Pilz so gehen wir noch da durch oder machen wir Pause ich glaube Päuschen wär ich glaub Päuschen wär angebracht ne okay mach mal Päuschen in der Barriere stehen ja gut ihr Lieben ich muss ja ne stimmt ja wenns euch gefallen hat ne dann schaut doch mal das nächste Mal wieder rein bei uns drei verrückten Hühnern hier is it in Warren the North wir würden uns auf jeden Fall freuen genau und dann gehts nächstes Mal hier weiter im Düsterwald bis dann bis dann und tschö tschö bis dann tschau bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann